Dieser Ikea-Spot ist auf YouTube ein echter Hit. Weit über 300.000 Mal wurde er geklickt. Sie ist 15, weißt du, was sie da machen? Hier flippt eine 15-Jährige aus, weil ihre Eltern ihr nicht erlauben, auf ein Festival zu gehen. In Zukunft könnte man den Spot auch anders drehen. Die 15-Jährige flippt aus, weil sie das neue Ikea-Bier noch nicht probieren darf. Denn Ikea will den Getränkemarkt erobern und hat deshalb ein Bier herausgebracht. Das dunkle Lagerbier gibt es in einer schicken, blumenverzierten Flasche. Der Gerstensaft wird vorerst aber nur in England angeboten. Bis er bei uns verkauft wird, ist die junge Dame vielleicht alt genug, um mal einen kleinen Schluck probieren zu dürfen.